Dies schöne Kleeblatt bringt den Stuttgartern Glück. Das Autobahnkreuz bei Fehingen auf den Fildern lenkt täglich ca. 30.000 Autos von Stuttgart ab. Das hilft enorm. Wenn man sich vorstellt, dass die alle, so wie wir nachher in der Luft, in die Stadt rein wollten, ist nicht auszudenken. Aber schön ist die Autobahn von oben. Sechsspurig geht von hier die B14 nach Böblingen und Sindelfingen weiter. Naja, die zwei Städte, die sollte man halt auch eingemeinden können. Das täte Gewerbesteuer nach Stuttgart bringen. Ach, das alles hat ja früher auch nicht zu Stuttgart gehört, was da so links und rechts von der Autobahn liegt. Diese ganzen Siedlungen, wo die Filderbauern noch vor fünf Jahren ihre Äpfel und ihr Kraut versteigerten und nachher reich wurden, als sie ihre Grundstücke verkauften. Und nun sehen Sie mal da, links, da ist noch ein Stück frei. Das sind die Honigwiesen und hier entspringt Stuttgarts Strom, der Nesenbach. Aber man sieht ihn nicht. Sonst brauchten wir ihm nur nachzufliegen. Naja, so folgen wir halt dann der B14, was in der Luft lang nicht so gefährlich ist wie unten. Das da ist Feingen. Feingen auf den Filtern. Na, das hat früher auch nicht zu Stuttgart gehört. 40.000 Einwohner hat diese Eingemeindung den Stuttgartern in neuerer Zeit zugeführt. Damals, vor 30, 40 Jahren, da waren es halt ein paar Häuser an der Straße und ein paar in den Gärten. Nur Gerstensaft hat man damals schon hier oben gemacht. Ob die wohl schon das Volksfestbier herrichten? Ja, und da vorne, da kommt jetzt gleich das Zentrum von Feingen, der Schillerplatz. Und von hier könnten wir jetzt eigentlich dem Nesenbach direkt nachfliegen, wenn man ihn nicht so versteckte oder wie ein anonymer Schwabe dichtete. Wenig bleibt vom Nesenbache, weil er unterirdisch geht. Da geht's hinunter nach Kaltenthal. Und da ist es auch kalt, vor allem im Winter. Und hier spannt sich der große Eisenbahnbiadukt über das Tal. Und über ihn rollen die leeren Fernzüge in die Schweiz oder aus dem Schwarzwald. Ach, wenn die Leute wüssten, was für ein Genuss es ist, über diese Strecke mit dem Zug aus Stuttgart heraus oder hineinzufahren. Die Bahn würde ganz anders frequentiert, vor allem im Frühjahr, wenn man durch lauter Wiesen und Gärten fährt. Da hat man was davon, schon weil's länger dauert, als mit dem Schwabenexpress auf dem Kielesberg. Diese Straße da hinunter mag der Alexander von Humboldt damals nach Stuttgart hineingefahren sein, mit der Kutsche natürlich, und jenen Ausspruch getan haben, der uns heute noch eingeht wie Honigseim. Dies Stuttgart zählt zu den schönsten sieben Städten der Welt. Und, ha, das ist was. Hier draußen, da kann man noch den schwäbischen Traum vom Häusle träumen. Denn in Stuttgarter können sich das die einheimischen Individualisten nicht mehr leisten. Und hier in Kaltenthal hat man ja auch schon seine Preise. Aber hier hat man doch wenigstens den Eindruck, dass es stimmt, wenn der Stuttgarter Oberbürgermeister Dr. Kletz sagt, er sei von Deutschland der größte Bauerer Schultes. Freilich, die Industrie stopft dem Schuldes auch die Taschen voll. Da kann man leicht sagen, man sei der Größte. Ländlich allerdings ist's hier immer noch. Links und rechts ist Wald. Da sieht man mal wieder, dass wir zu Recht die Großstadt zwischen Wald und Reben sind. Man könnte auch sagen, die Industriestadt zwischen Wald und Reben. Sehen Sie, die da. Na ja, die hinau mal klein angefangen. Und heute ein kleines Weltunternehmen, bloß weil sie wissen, was Frauen wünschen. Aber sonst hat sich hier draußen eigentlich nicht sehr viel verändert. Da kommt jetzt dann gleich das Straßenbahnerdepot von Häslach. Na ja, hier rum, da wohnen lauter Straßenbahner, damit sie's nicht so weit haben. Vor der Jahrhundertwende, da war ja Häslach noch ein Ort für sich. Und damals, da konnte der August Lämmle, der nicht viel von den Stuttgartern hielt, reimen, Stugeter, ich sag das Frank und Frey, es hat ziemlich hässlicher dabei. Tja, und jetzt wächst diesen Häslachern eine U-Bahn entgegen. Ein Objekt von 600 Millionen, 15 Kilometer lang. Da kann man nur sagen, Böblinge und Sindelfinge müssen her. Da wohnen der Haufe Leute, da draußen. Na ja, wir sind ja auch eine Stadt von über 600.000 Menschen geworden. Jetzt nähern wir uns dann bald dem Marienplatz. Und da kommt dann gleich eines vom liebenswertesten in Stuttgart, die Zahnradbahn. Aus dem Jahre 1905, die die Dägerlocher und Filderbauern in ihre hohen Regionen bringt. Runter geht man natürlich zu Fuß, das kann man sparen. Sehen Sie, jetzt kommt dann gleich die Brücke. Es ist noch ganz winzig klein zu sehen. Als wir da geflogen sind, war gerade eine Zahnradbahn drauf auf der Brücke. Da ist sie. Ja, und unter dem Alten dann das Neue, der U-Bahn-Bau. Jetzt kommen wir in ein Gebiet, in dem aus der Großstadt zwischen Wald und Reben die Großstadt zwischen Halt und Gräben wird. Das da, was jetzt kommt, das war auch nicht billig. Der österreichische Platz, sein Kreisverkehr, bloß damit die Leute nicht so leicht aufeinander drauf fahren. Wenn man bedenkt, dass hier ganz in der Nähe der Schiller noch am Wallenstein geschrieben hat, wie er mal da war in den Ferien aus Jena. Und etwas weiter unten, da hat er ja früher Schulden gemacht, als Karzschüler und Regimentsmedikus. Das war da, wo die größten Löcher sind. Beim Ochsenwirt in der Hauptstädter Straße, in der Nähe von Bräuninger. Ja, da kann man auch wieder sagen, der hat auch gleich angefangen. Der Großvater hat noch selber die Hosenträger verkauft. Und heute, das da, das ist der Marktplatz. Das Herz von Stuttgart. Oh, da ist auch manches anders als damals. Vor dem Krieg war das hier bis aufs Rathaus eine einzige mittelalterliche Idylle. Und jetzt ist es ums Rathaus Roma auch nicht mehr schön. Aber aus der Luft nimmt es sich recht hübsch aus, muss ich sagen. Oh, gell, passen Sie auf, nicht, dass Ihnen schlecht wird, wenn wir uns jetzt gerade so drehen. Danüber zum Charlottenplatz mit der ominösen B14 und mit einer Untertunnelung, die sich schon recht weltstädtisch ausnimmt, da meint man wunder was. Und da geht's rüber zum alten Schloss. Es gibt Stuttgarter, die haben zweimal das Abbrennen und Wiederaufbauen des alten Schlosses erlebt. Ah ja, 1931 ist es abbrennt und dann im Krieg. Aber es hat sich gelohnt, dass man es wieder aufgebaut hat. Und das ist der Schlossplatz. Ja, das sind schon die Prunkstücke von der Stadt. Der Königsbau mit griechischen Säulen und den Geschäften dahinter. Dann daneben gleich der kleine Schlossplatz, der als Zankapfel hochgespielt wurde und heute der beliebteste Charmuzier-Treff ist eine City in der City. Und nun das neue Schloss, das Stuttgarter Versailles. Ebenfalls nach dem Krieg wieder aufgebaut, Sitz der ministerialen Bürokratie. Hier wohnt mit Mörike zu sagen der Friede auf der Schwell. Hier freilich weniger im gläsernen Landtagsgebäude. Und da, ein bisschen weiter drübe, da ist der einst so geschmähte und jetzt so geliebte Fünfecksee in den Anlagen. Und hier der Bonatzsche Bahnhof. Immer noch schön. Tausend Züge laufen hier täglich aus und ein. Hunderttausend Pendler streben hier durch. Und doch sieht man sehr deutlich, dass diejenigen, die damals den Bahnhof gleich in Cannstatt errichtet haben wollten, Recht hatten. Er riegelt Stuttgart ab. Aber fragen Sie mich nicht nach dem Geschrei, dass das damals gegeben hätte. Es ist immer schwer, spätere bauliche Notwendigkeiten vorauszusehen. Es ist schon ein Glück, dass man die Anlagen beibehielt. Das Grün zwischen den Häusern, Schienen, Fernstraßen, die Parks zwischen Industrieanlagen, die Gärten und Weinberge zwischen den Bürohäusern. Dieses ganze eigenwillige Mosaik macht Stuttgart aus. Und Tadeus Troll gab ihm den Ehrennamen. Stuttgart, das ist die größte deutsche Kleinstadt. Und hier sind wir zu Hause, der Süddeutscher Rundfunk. Hier ist der Park der Villa Berg. Na, haben wir uns auch nicht gerade das Schlechteste herausgesucht. Und hier sind unsere Studios. Das da vorne, die alte Villa Berg, dann hier links das Hörspielstudio, das Musikstudio, dann die so notwendige Kantine und hier rechts die Fernsehstudios. Und dann geht es gleich rüber in das alte Berg, hinunter dem Neckar zu und zu den Mineralbädern. 18 Millionen Liter Mineralwasser sprudeln da täglich heraus. Und was in München die Wiesen, das ist in Stuttgart der Basen. Hier berauscht man sich jährlich am Volksfest. Und hier im Stadion, wenn der VfB gewinnt. Aber nur dann. Tja, wenn die Grafen von Württemberg diese Landschaft mit dem Hafen gesehen hätten, da hätten sie sicher gestaunt. Auf dem Roten Berg im Hintergrund hatten sie ja ihre Stammburg. Und von hier sahen sie oft hinaus ins Land. Nach Stuttgart zogen sie erst, als einer von ihnen eine Tochter des Markgrafen von Baden heiratete, denen das Gestüt Stutengarten gehörte. So entstand aus der ersten baden-württembergischen Ehe Stuttgart. Da sieht man erst, was aus dem Südweststaat noch alles werden kann. Die Wiesen der Grenzen